Kurz nach Facebook hat es das nächste amerikanische Unternehmen erwischt. Der Sportartikelhersteller Under Armour hat einen massiven Datenklau eingeräumt. Rund 150 Millionen Nutzerkonten sind betroffen, das ist mehr als die Einwohnerzahl Japans. Der Datenklau betrifft die Kalorienzähler-App MyFitnessPal. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Hacker Nutzernamen, E-Mail-Adressen und auch Passwörter erbeutet haben. Sensiblere Informationen wie Kreditkartendaten sollen aber nicht geklaut worden sein. Ob auch Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz betroffen sind, war zunächst nicht bekannt. Die Aufarbeitung des Vorfalls laufe noch, heißt es aus dem Unternehmen. Under Armour hatte den Datendiebstahl vor wenigen Tagen festgestellt. Er hatte sich aber wohl schon vor gut einem Monat ereignet.